So, lass mal liegen, ich mach mal weiter. Ist das meine Mate? Ruhig, ist das deine Mate? Das ist meine. Okay. Alter, hier ist sogar ein Finkbettstecker. Sweet. Ja, dafür bin ich nur noch bei 50 Prozent mehr. Das ist doof für dich. Wie viele Stunden bleiben die denn noch zum Vortragen? Ah, anderthalb. Ich brauch nicht so lange. Also, ich wollte kurz was machen über... Sql Injection. Ich wollte was erzählen über Blind SQL Injection. Ist jedem klar, was eine SQL Injection ist? Oder soll ich das nochmal kurz zeigen, erklären, darstellen? Das habe ich nämlich auch vorbereitet. Das führst du. Wenn du es vorbereitet hast, dann zeigst. Gut. Also, der Case, den ihr hier seht, ist ein ganz normales Format. Dahinter steht eine Username-Passwort-Datenbank. Ich kenne... Das ist jetzt die Bildung bei der CTF-Aufgabe, oder? Nein, das habe ich selbst gebaut. Das ist einfach ein ganz normaler Case. Ich weiß, es gibt eine Datenbank, da gibt es zwei Spalten, Username, Passwort. Ich weiß, es gibt Test-Test. Und ich weiß, es gibt Admin, das Passwort will ich wissen. Weil das die Flag ist, zum Beispiel beim CTF oder weil ich mich einfach einloggen will. Was weiß ich was. Oder weil ich es einfach klauen möchte. So, jetzt kann ich eingeben. Einfanden Profit. Genau, Fragezeichen, Fragezeichen, Profit. So, gebe ich Test-Test ein. Alles klar, da oben stelle ich einfach mal den Query dar. Wie sieht der eigentlich aus? Das ist zu Illustrationszwecken. Jetzt sagt er mir, ja, hallo, Test. Gut. Das kann übrigens nicht unbedingt jeder SQL, der hier sitzt. Also, das ist das nicht, was du gerade erzählst. Okay, also es ist sogar folgendes. Es selectet die Spalte User. Ich habe zwei Spalten, die heißen User und Pass. Und das selectet User aus der SQL-E-Tabelle, die ich angelegt hatte. Wo User gleich dem ist, was ich in das erste Feld eingegeben habe. Und Passwort gleich dem ist, was ich in das zweite Feld eingegeben habe. Und ich limitiere das auf ein Ergebnis. So. Das ist das, was der Query tut. Und das Ergebnis, was da rauskommt, wird hier angezeigt. So. Jetzt gehe ich zurück. Und mache mal folgende Magie. Das hier. So. Und hier gebe ich ein, was ich möchte. Und, oh. Alter, da aus, ich bin eingeloggt, obwohl ich niemals Test eingegeben habe. So. Das kommt folgendermaßen. Ich habe nämlich vergessen, den User-Input zu escapen. Das heißt, jemand, der ungefähr weiß, wie der Query aussieht, was er relativ leicht erraten kann, weil solche Cases eigentlich fast immer gleich sind, kann das, was auf der Datenbank ausgeführt wird, modifizieren mit seinen Eingaben. In diesem Fall, sagt er, ändert er die Bedingung. Er sagt, wo User, keine Ahnung, leer ist oder wo 1 gleich 1 ist. Das trifft natürlich überall zu. Ich kriege eine Zeile zurück. Die erste Zeile ist in meinem Fall Test. Dadurch bekomme ich Ausgaben. Wenn ich jetzt das Admin-Passwort lesen möchte, ist das auch mit ein bisschen SQL-Magie relativ einfach. Das sieht dann nämlich genau so aus. Das beendet, macht zuerst den ersten Query zu, macht dann einen Union, also ein neues Select, selektet da das Passwort, wo der User-Admin ist. Dadurch, dass ich im ersten Query sage, wo User-Name leer ist, gibt es da kein Ergebnis. Der zweite Query liefert genau ein Ergebnis. Hier kann ich einnehmen, was ich will. Und, oh, guck mal, da ist das Admin-Passwort. Weil ich auch noch so blöd war und das unverschüttet gespeichert habe. So, das ist der normale Fall einer SQL-Injection. Ich habe sogar mal hier schön ausgegraut, weil Minus Minus Leertaste ist der Kommentarcharakter für SQL und alles, was dahinter steht, wird einfach mal blank ignoriert. Das ist eine super Idee gewesen, sowas einzuführen. Nicht. Genau, das ist eine ganz normale SQL-Injection. Kein Problem, alles ganz easy. So, jetzt gehe ich mal auf die zweite Seite, die ich vorbereitet habe. Ist im Prinzip genau das Gleiche, nur da habe ich was verändert. Ich logge mich ein, mit Test, Test. Login Successful. Hm. Aber wer bin ich? Keine Ahnung. Ich gebe ein. Ähm. OR1 gleich 1. Irgendwas. Login Successful. Hm. Okay. Ich weiß also immer noch nicht, wer ich bin. Ich nehme den, den ich gerade genommen habe, um das Admin-Passwort auszulesen. Gebe irgendwas ein. Hm. Der Query hat zwar funktioniert, aber ich habe immer noch kein Admin-Passwort. Ich weiß es nicht. So. Und dieser Fall ist die sogenannte Blind SQL-Injection. Das heißt, hm. Ich kann eigentlich nichts tun. Also, beziehungsweise ich kann keinen Arbitrary Text ausgeben lassen, sondern ich bekomme ein Bit und dieses eine Bit ist, ist der Login erfolgreich oder nicht. Gut, ein Bit reicht in der Theorie, um Daten auszulesen. Es ist nur sehr aufwendig. Was ich mal vorbereitet habe, sind zwei Skripte. Nämlich, nämlich einerseits, äh, ich zeige das mal ganz, ganz kurz. Ähm, hm, 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 hm. Wie habe ich die genannt? Ah. So, einmal einen naiven Ansatz. Das ist ein ganz normales Python-Skript. Das geht folgendermaßen vor. Hier sieht man den Query. Ich erkläre das ganz kurz, da muss man sich das nicht durchlesen. Tut im Prinzip genau das, was ich vorhin auch gemacht habe. Um das Admin-Passwort festzulegen, testet aber eine Stelle des Passwortes, die ich vorgeben kann, gegen einen bestimmten Charakter, den ich vorgeben kann. Das heißt, ich kann nach und nach testen, ist die erste Stelle vom Passwort ein A oder nicht, ja oder nein. Wenn es das nicht ist, teste ich das B, wenn es das nicht ist, teste ich das C, blablabla. Ich gehe davon aus, in diesem Fall, ich weiß, woraus das Passwort besteht, nämlich nur aus Buchstaben, Zahlen und der Raute. Auf Groß- und Kleinbuchstaben brauche ich nicht testen. SQL ist Case-Insensitive, standardmäßig. So, wenn ich das ausführe, so, passiert genau das. So, das Passwort habe ich bekommen, obwohl ich nur ein Bit auslese. Die erste Zahl, sieht man, ist die Stelle, an der das Zeichen steht. Das dritte ist das Zeichen, was da ist. Das vierte ist, was es insgesamt ergeben hat. Und das zweite ist die Anzahl an Requests, die ich dafür gebraucht habe. Das heißt, in diesem Fall habe ich 208 Requests gebraucht. Das ging jetzt relativ schnell, weil das Ding nur auf der VM-Lokal läuft. Man stelle sich vor, ein Request dauert zwei, drei Sekunden. Dann ist das nicht mehr so witzig. Dann dauert das Ganze nämlich mal zehn Minuten. Ja, dann dauert das halt zehn Minuten, dann hast du das Passwort. Genau. Aber bis dahin könnte auch jemand auf mich aufmerksam geworden sein. Und die Lücke dann schließen, mich aussperren, was auch immer passiert. Dann sollte es lieber 24 Stunden dauern. So mache ich. Dann fällst du dich auf. Also, es braucht halt relativ viele Requests. Und das ist tatsächlich ein naiver Ansatz, deswegen heißt das Script Blind Naiv. Was man da noch verbessern könnte, zum Beispiel, was ich jetzt einmal kurz implementiert habe, ist Blind Range. Das testet auf Range, und zwar mit einem schönen Regex-Befehl, den es in SQL gibt. Das heißt, ich kann sagen, ist die Stelle in einem Bereich zwischen dem und dem. So, und für jede Stelle teste ich dann, ist es zwischen A und Z, ist es zwischen 0 und 9, falls nicht, muss ja die Raute sein. Das kann ich jetzt auch einfach mal ausführen. Dann passiert das hier. Gleiches Ergebnis, 93 Requests. Deutlich besser. Du hast jetzt aber immer nur den ersten, also die Range einmal inkrementiert, oder? Wie die Range. Wie die Range. Ne, ich teste, ich teste, ich teste, ob es zwischen A und Z ist, und wenn es das ist, dann gehe ich von A bis Z durch, nach dem ersten naiven Ansatz. Also, und dann testiere ich die Zahlen, genau. Noch besser machen könnte man das mit einer Vorschau. Genau, noch besser könnte man das natürlich machen mit einer binären Suche. Genau, das habe ich jetzt nicht implementiert, das wird aber noch effektiver. Und ungefähr so geht man vor, wenn man eine Blind SQL Injection vor sich hat. Abgesehen von, einen kleinen Trick kann man noch zeigen, den wir auch schon bei CDFs häufig einmal benutzt haben. Ich mache mal das hier an. Der normale Request für irgendwas dauert, das steht da unten, 8 Millisekunden oder so. Da steht 8 Millisekunden. So, jetzt benutze ich meine Injection und lasse ihn einfach mal 5 Sekunden schlafen mit dem MyScape Sleeperfehl. So, und gleiche Situation. Ich bekomme keinen Text zurück, aber ich kann mir eine gewisse Anzahl an Zahlen zurückgeben. indem ich einfach gucke, wie lange schlafe ich. So kann ich zum Beispiel herausfinden, wie viele Tabellen habe ich überhaupt. Wenn ich auf Information Schema zurückgreifen kann, die, also die Metadatenbank, die Informationen über alle anderen Datenbanken, oder alle Tabellen enthält zum Beispiel, kann ich mir über sowas ausgeben lassen, wie viele Tabellen habe ich nämlich, indem ich gucke, wie lange schläft der denn, bevor er mir antwortet. Und in dem Fall sieht man, dass du den Query zweimal ausführst, weil er 10 Sekunden gebraucht hat. Ja, ich habe aber noch nicht herausgefunden, warum, das habe ich in PHP geschrieben. Also ich habe keine Ahnung, warum er zweimal schläft. Darauf kann man sich sowieso nicht verlassen, weil, ja, deswegen Mensch mag am besten, man sagt, man lässt ihn 1 Sekunde sleepen, 2 Sekunden sleep, 3 Sekunden sleep. Wahrscheinlich ist es 2 Zeilen in der Datenbank, oder? Daran kann es liegen wahrscheinlich, ja. Und er evaluiert das Sleep 5 für jede Zeile. Ja, das wird es sein. Was, äh, das ist treffend, ja. Was auch ziemlich erstaunlich ist, äh. Genau, das macht man, das könnte er auch wegoptimieren eigentlich, ne. Man merkt, irgendwie ist das nicht von der Zeile abhängig. Aber naja, also über solche Dinge kann man halt zusätzlich noch Informationen rausbringen und das Ganze noch ein bisschen effektiver machen. Ähm, ja, und das ist wieder so ein, äh, also bei CTFs jedenfalls, ist das so ein Implementierungszeitaufwand gegen Anwendungszeitaufwand abwiegen. Also dieser Video-Ansatz geht sehr schnell, braucht aber relativ lange, je nachdem, wie viel ex-regulierter Daten man experimentieren will, wie viel Zeit man beim CTF hat. Äh, man kann auch sagen, ich mach eine einfache Range-Einstellung, die ich halt schnell, irgendwie halt relativ schnell implementieren kann, dafür aber viel Zeitaufwand, viel Zeitaufwand bringt. Und man kann da, ja, so eine Art Kurve halt fahren, je mehr Zeit ich in das Skript stecke, desto schneller bekomm ich die Information theoretisch auch raus. Da kann, da muss man dann wieder abwiegen. Wenn das jetzt für jede Zeile ausfüllt, also naja, das ist jetzt stimmt, dann kannst, das ist doch ein Feature und kein Bug. Du kommst ja die Anzahl der Zeile. Ja, es ist wahrscheinlich so spezifizierend in SQL und alle fühlen sich gezwungen, das so zu implementieren. Also, dadurch kann man halt, also ich könnte ja zum Beispiel sagen, aus Sleep dann noch ein Subquery dazu machen, indem ich die, zum Beispiel mir vorher schon mal die Länge des Admin-Passworts geben lasse, indem ich gucke, ich gebe die Länge des Admin-Passworts in diesen Sleep-Befehl, gucke, wie lange er braucht, um mir zu antworten und weiß dann schon mal, wie lange mein Passwort ist, und zwar in einem Request und muss mich da nicht irgendwie rantasten. Aus der Zahl kann man dann abschätzen, ob es gehasht ist oder nicht. Aus der Zahl weißt du, wie lange es ist. Ja, genau. Und ob es gehasht ist oder nicht, siehst du es ja, wenn du es rausholst. Wenn es 40 Beides lang ist, wird es wahrscheinlich gehasht sein. Muss aber ja nicht. Kannst du sicherlich 100% darauf verlassen. Es kann ja auch 40 Zeichen lang sein. Aber warum brauchst du ja das Admin-Passwort, wenn du dich auch ohne einloggen kannst? Weil du das vielleicht klauen willst, um das woanders wiederzuverwenden. Eine sehr common Anwendung in Web übrigens. Das ist das, was man am meisten Geld verdient, wenn man einen Dienst knackt, nämlich die Passworte zu verkaufen, damit sie andere bei anderen Diensten wiederverwenden können. Damit sie andere wiederverkaufen können. Ja, genau. Also es ist halt kaum... Wenn ich E-Mail und dazu das Passwort knacke und das von Gmail hole, ist es wahrscheinlich, dass er das auch bei PayPal, Ebay und bei sonstigen Diensten hat. Das ist sehr wahrscheinlich. Oder wenn du 1000 Passwörter hast, wenigstens nicht dann 100. Ja, genau. Dass man halt einen soliden Satz an Passwörtern hat, die einfach mit den gleichen Credentials bei diversen Web-Services wiederverwendet werden, tut das nicht. Ziemlich exakt das da. Ging übrigens vor einem Jahr oder so beim... ...system. Also das darf man nicht erwarten, dass sowas ankommen ist. Sowas passiert verdammt oft. Und sowas ist tatsächlich in der Wildnis im Internet nicht so selten. Also Blind SQL Injection... Man kann Auftraggeber in großen Automobilherstellerfirmen, wenn man leichtfertig damit beauftragt wird, mal zu testen, ob die Software funktioniert, sehr schnell in Verzweiflung stürzen, wenn man mit solchen Gemeinheiten anfängt. Gemeinheiten? So gemein ist das eigentlich nicht. Also Blind SQL Injection ist insofern gefährlicher, weil sie schwerer zu finden ist. Man kann halt sagen, ich mache irgendeinen Select, der einen Text zurückgibt, einen statischen Text und gucke, ob ich den auf der Seite wiederfinde. Das ist ein einfacher Test für SQL Injection. Ich vereinfache. So, die Blind SQL Injection findest du halt nicht so schnell. Wenn du danach suchst und das wiegt natürlich den, der die Software schreibt, ich mir, mich zum Beispiel, in falsche Sicherheit. Weil du denkst, die Software ist sicher, weil es kommen ja keine Daten aus der Datenbank. Selbst wenn die Injectable ist. Dabei ist das falsch und du kriegst wohl Datenbank raus. Selbst wenn man nicht Daten darüber rausbekommt, ob der Login successful ist oder nicht, weil es zum Beispiel ein Suchquery ist oder was weiß ich, irgendein Edge Case, kann man immer noch, meistens über dieses Sleep, über diese Verzögerung, dafür sorgen, dass man ein, mehrere WIT an Informationen rausbekommt. Ich hätte ihn jetzt auch, je nachdem, ob der Query successful ist oder nicht, null oder eine Sekunde schlafen lassen können. Das wäre auch überhaupt gar kein Problem gewesen, alles möglich und hätte auch so Bit für Bit die Informationen aus der Datenbank holen können. Jetzt musst du aber noch erklären, wie man sich dagegen schützt. Schritt 1, User Input Escapen, Schritt 2, Prepared Statements benutzen. Was heißt User Input Escapen? Schritt 2. Verhindern, dass Leute zum Beispiel dieses einfache Anführungszeichen patent überschодно. Bis zum Beispiel. Äquen Yep. Versich fps. vis extra 1, Schritt 2, Rolls Et Combine